OnlyFans, einer der Phänomene der letzten Jahre. Der große Aufschrei und die öffentliche Diskussion über die Plattform ist mittlerweile abgeflacht und die Seite ist ein selbstverständlich gewordener Bestandteil der Internetkultur geworden. Doch wie rentabel ist es aktuell, sich in der Content-Flut durchzusetzen und seine Inhalte über OnlyFans zu vermarkten? Dieser Frage bin ich für das heutige Video nachgegangen, indem ich eine Woche lang mit etwas Hilfe etwas probiert habe. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, mit einer erfahrenen OnlyFans-Creatorin über das ganze Thema zu sprechen. Let's go! Falls ihr meine Videos feiert, abonniert gerne meinen Kanal. So viele von euch haben mich noch nicht abonniert, das ist absolut schade. Deswegen würde ich mich umso mehr freuen. Also erstmal für die Leute, die wirklich gar nichts mit OnlyFans am Hut haben, ein kleiner Exkurs. OnlyFans ist ein soziales Netzwerk, auf dem Beiträge, Fotos und Videos geteilt werden können. Anders als bei Instagram steht es den Nutzern jedoch frei, ihre Profile kostenpflichtig zu machen. Das heißt, Follower bzw. Fans müssen eine gewisse monatliche Abo-Gebühr zahlen, um die Inhalte sehen zu können. Dahinter steckt die Idee, gerade Influencern die Möglichkeit, Geld zu verdienen, ohne dabei auf Werbung oder den Verkauf von Produkten angewiesen zu sein. Mittlerweile wird die Plattform jedoch vermehrt dazu genutzt, um explizite Bilder und Videos gegen Bezahlung zu teilen. Und ich denke, ihr wisst alle, was mit expliziten Inhalten gemeint ist. Es ist kein Geheimnis mehr und es wurde schon sehr oft darüber berichtet, wie viel vor allem Frauen damit verdienen können. Mittlerweile sind wir nach drei Tagen bei 434 Fans und einem Verdienst von 9.017,60 Dollar. Kurz meine Meinung zu dem ganzen Thema, auch wenn es euch vielleicht nicht juckt. Niemand sollte entscheiden oder kritisieren, was jemand aus freien Stücken von sich preisgibt. Ich finde, jeder sollte ohne Scham und Beleidigung sein Geld verdienen, wie er möchte. Angezogen oder eben auch nicht. Schreibt aber gerne eure Meinung in die Kommentare, bleibt aber bitte respektvoll. Wie sieht es aber als Mann mit Onlyfans aus? Jonas Ems hat vor ein paar Monaten mal ein Experiment gemacht, wo er selbst einen Onlyfans-Account betrieben hat. 10 Dollar hat eine Subscription gekostet und er hat genau ein Bild gepostet. In ein paar Tagen hat er 1024 Dollar gemacht. Allerdings auch seine eigene Reichweite auf Instagram genutzt. Da hat er, glaube ich, so über eine Million Follower. Trotzdem schon krass für ein paar Tage. Doch wie viel könnte ich verdienen? Leon Zetix, ihr seht hier sogar schon, Abo-Preis 15 Dollar im Monat. Ging eigentlich echt flott, ich musste mich einfach nur verifizieren. Schon kann ich Onlyfans betreiben, so natürlich ab 18, ne? Aber ich muss an der Stelle sagen, ich habe mich doch ganz schnell dagegen entschieden, das Ganze durchzuziehen. Ursprünglich wollte ich gucken, wie viele Fans ich ohne Reichweite benutzen bekomme. Dabei wollte ich Methoden anwenden, wie zum Beispiel auf Dating-Plattformen gehen und mein Profil verlinken. Auf Twitter auch so Hashtags benutzen und Bilder zu posten, etc. Aber ich muss letzten Endes sagen, ich würde mich echt nicht so wohl dabei fühlen. Es ist einfach nicht meine Welt und ich will niemandem hier irgendwie irgendwelche falschen Werte vermitteln. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, aber keine Sorge, ich habe eine bessere Lösung gefunden. Ein Kollege, den ich schon länger kenne, hatte sowieso schon vor, einen Onlyfans-Account zu erstellen. Also habe ich ihn gefragt, ob wir ihn zusammen bei seiner ersten Onlyfans-Woche begleiten würden. Hallo, ich bin Hakan. Vielleicht kennen mich manche von Twitter, Twitch oder so. Spätestens heute lernt ihr mich von Wunderstag Geld. Ich bin 24, wohne in Köln, bin seit 2021 geoutet, bin gelernter 1-2-1-Kaufmann für die, die es interessiert. Also, nee, aufgeregt nicht. Ich bin gespannt, ob es mir Spaß macht oder nicht und ob ich mir vorstellen könnte, es nach der Woche weiterzumachen. Also, für dich ist es auch sozusagen nur so ein Test-Ding. Du überlegst auch erst nach den Ergebnissen, ob du dann weitermachst oder was. Also, Ergebnis ist ein safe auch ein Bestandteil, aber ich kann mir auch, wenn es mir wirklich Spaß macht, so und ich bedenke, okay, komm, zack, posten, easy. Ich könnte mir vorstellen, wenn es kein großer Aufwand, es weiterzumachen, auch genau so vorstellen, dass ich es dann sein lassen werde. Hast du Berits Inhalte auf anderen Plattformen verkauft? Auf Twitter tatsächlich, da gibt es manche, die einen anschreiben, Videos oder Bilder. Dann einigt man sich auf irgendwas und dann ficke ich das denen und dann geben die mir das Geld. Also, kennst du deinen Wert schon? Also, ich will dich nicht um die preise Gedanken machen. Ja, ich bin sehr günstig auf jeden Fall. Ja, ein Bild in der Unterhose oder was auch richtig krass ankommt mit Füßen. Generell, socken und alles mögliche. Auch noch Klamotten verkaufen. Was ihr auch wissen solltet, Hakan fängt schon mit einer Reichweite an. Er hat bereits 5000 Twitter-Follower auf seinem Main-Account und auf seinem zweiten Account 2300 oder so. Man kriegt dort eigentlich echt schnell Follower. Das funktioniert eigentlich wie bei TikTok. Wenn du die richtigen Keywords setzt, viele hashtags benutzt, attraktiv aussiehst, dann schlägt der Algorithmus an und man kriegt die Follower eigentlich von alleine. Man muss nicht unbedingt irgendeinen Push bekommen. Wie viel Content produziest du in dieser Woche? Ich will auf jeden Fall, wenn es eh nur sieben Tage erst mal sind, will ich auf jeden Fall sieben Tage Content machen. Das heißt, ich treffe mich mit Leuten, mache mit denen Videos auch tatsächlich und es geht halt wirklich ganz easy so. Wie viel wirst du in dieser Woche verdienen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich abgeht. Ich habe es eingestellt für sieben Dollar im Monat. Theoretisch musst du eine Person geben, die wirklich reinballert, weil die halt komplett horny ist. Ich kann mir eine Zahl vorstellen, aber es wird auf jeden Fall interessant. Es ist kein Geheimnis, dass der größte Teil an Pornografie, welche im Internet kursiert, shady und intransparent. Also Leute, mich hat auf jeden Fall mal interessiert, wie man denn genau mit Onlyfans Geld verdienen kann und was so die gängigsten Methoden sind. Und dafür habe ich jetzt mal eine gewisse Creatorin abonniert, um einfach mal abzuchecken, wie das Ganze funktioniert. Abonnement. 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 Genau, diese gewisse Summe, die jeder für sich selbst entscheiden kann. Meistens sind es so 10, 20, 25 Dollar pro Monat, die man halt eben zahlen muss, um überhaupt die Inhalte zu sehen. Es gibt aber auch Accounts, die komplett for free sind. So, das ist der Feed. Ihr könnt euch das genauso vorstellen wie bei Instagram oder Twitter. Da werden halt meistens Bilder und Videos gepostet. Und hier kann man das liken, kommentieren und halt eben auch Trinkgeld senden. Das machen die meisten aber nicht. Die meisten sind in den DMs unterwegs. Wenn wir jetzt mal auf die DMs gehen, man kann mit den ganzen Creatoren schreiben, sehen wir hier Locked Messages. I'm overflowing cum. Pussy spreading and ass spreading included. Das sind 5 Bilder und ein Video, welches 5 Minuten 12 geht. Und diese Inhalte kann man halt eben für 7 Dollar entsperren. Damit machen wirklich die meisten Onlyfans Creator am meisten Geld. Es ist eigentlich so gut wie immer dasselbe Prinzip. Auf dem Profil selbst sind wirklich nur so diese Soft-Sachen. Ich sag mal so Unterwäsche-Bilder, Bikini-Bilder halt. Und dann geht es halt erst in den DMs ab, wie ihr sehen könnt. Und deswegen machen die halt eben dieses Pay-to-Win-Ding. But new dick hits different, sextape included. 5 Minuten 18 Video für 40 Dollar, ey. Kein Wunder, warum man so viel Geld verdienen kann. Das ist eigentlich ein einfaches Prinzip. Saschke hat auch schon mal ein Video dazu gemacht. Theoretisch macht eine Onlyfans Agentur die ganze Drecksarbeit für den Creator, Creatorin. Oft haben, wie gesagt, die Models gar keinen Bock, die ganze Zeit mit den Kunden zu chatten. Viele Kunden haben ja auch Wünsche und schreiben so, hey, hast du ein Video von das und das? Und dann muss man das rauskramen oder dann selbst drehen und sowas. Und da hat man eigentlich gar keinen Bock drauf. Onlyfans Agenturen übernehmen dann sozusagen den Account des Creators und schreiben für sie mit den Kunden. Das Einzige, was dann der Creator, die Creatorin machen muss, ist Bilder und Videos en masse zu produzieren. Und einfach der Agentur zu schicken. Das ist das Einzige, was sie machen muss. Alles andere übernimmt dann die Agentur. Dazu gehört noch das ganze Online-Marketing. Wie bewirbst du überhaupt deinen Girl, deinen Boy? Tickliche Postings und wie gesagt, dieses Nachrichtenmanagement. Das ist halt das Allereffizienteste. Und wenn du als Agentur einfach 24-7 am Start bist und immer Mitarbeiter da sind, die sich gegenseitig abwechseln, dann hast du auf jeden Fall eine krasse Geldquelle. Und wenn du es dann auch schaffst, international zu werden, das heißt, du hast immer zu jeder Uhrzeit irgendwelche horny Leute, dann ist das wirklich eine krasse Geldquelle, Alter. Ich habe aber auch bei meiner Recherche gesehen, dass es echt viele Agenturen gibt, die ihre CreatorInnen abzocken. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt so von den Prozenten her, sondern eher, dass die CreatorInnen zu irgendwas geforst werden, was sie eigentlich gar nicht wollen. Und dann sagt die Agentur zum Beispiel, hey, wenn du jetzt noch mit einem Partner was drehst oder sowas, gibt es halt viel mehr Geld. Und das wollen sie ja dann eigentlich gar nicht. Und dann wird es halt super problematisch, wenn man halt jemanden zwingt oder halt versucht zu drängen. Was ich mich auch frage ist, ist es eigentlich moralisch verwerflich, wenn man sich als CreatorInnen ausgibt, man schreibt ja sozusagen in der Ich-Form, ich würde sie super gerne besorgen, schickt mir Geld, etc. Und der Kunde denkt dann natürlich, das ist sie. Aber eigentlich sitzt da halt irgendein Typ von der Agentur halt hinter dem PC. So, Freunde, ich habe mein OF-Account vor sieben Minuten öffentlich gemacht und auch bekannt gegeben. Wie gesagt, ich persönlich glaube nicht, dass es krass wird. You never know. Ein Post ist schon online tatsächlich. Die Werbeaktion läuft auch. Freunde, da bin ich wieder. Ihr seht, meine Klamotten, es hat sich nichts geändert. Es sind vier Minuten vergangen. Die ersten zwei haben tatsächlich schon abonniert. Oh mein Gott, okay, interesting. Ich halte euch auf dem Laufen, wenn ihr das bestellt. Gleicher Tag am Abend und ich habe heute schon dreistellig damit gemacht. Und deswegen habe ich mir auch Abendessen bestellt, weil ich mir dachte, kaum was soll. Ihr seht, ich habe gerade geduscht, denn jetzt werden gleich neue Bilder gemacht. Und zwar habe ich mir was bestellt. Und zwar habe ich mir die BTF-Socken und die Kondome von Unge und Papa Platte, also von Simon und Kevin, bestellt. Der Fuß-Content muss natürlich auch sein. Und ihr wisst nicht, wie krass die Fuß-Szene in der Queer-Szene ist. Und ich melde mich später wieder. So, Freunde, es ist Tag vier. Sowohl heute als auch gestern haben Leute wieder Videos gekauft von mir in Chat. Und gestern zum Beispiel habe ich mein allererstes Urin-Video aufgenommen für jemanden, der das sehen wollte. Und ihm hat es sehr gefallen, sodass er heute nochmal was gekauft hat. Und ja, Subs kam dazu. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Tag fünf, wieder Sachen verkauft. Bei Onlyfans kann man auch so ein Amazon-Wishlist machen. Und ich habe heute Post bekommen, mir hat jemand Gesichtsmasken aus meiner Wishlist bestellt. Ja, das war Tag fünf. Wir sehen uns an Tag sechs. Eine Woche ist vorbei. Morgen kommt Celtics mich hier in meinem Zimmer besuchen. Dann werde ich ihm das erste Mal die Einnahmen zeigen. Und ja, und vor allem die wichtigste Frage, wie viel habe ich nach einer Woche Onlyfans mit ganz, ganz keine Reichweite verdient? Freunde, wir sehen uns gleich, wenn es fertig sind. Und zwar besuchen wir jetzt Hakan bei ihm zu Hause. Eine Woche ist nun vergangen. Ich habe seitdem nicht mit ihm geredet. Ich habe keine Ahnung, wie viel er jetzt in dieser Woche verdient hat. Deswegen werden wir es jetzt herausfinden. Hallo Hakan. Hallo Celtics. Ohne jetzt zu spoilern, wie hast du dich gefühlt? Fühlt du dich jetzt irgendwie anders? Wie ich mich fühle, fühle mich ganz normal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, ich bereue es auf gar keinen Fall. Es ist ganz okay. Machst du es weiter? Sogegebenermaßen ist das bisher jetzt kein Aufwand gewesen. Also der Content, den ich hochladen habe, war eh schon Content, den ich größtenteils schon hatte. Das war eigentlich nicht viel Arbeit. Es geht. Es war jetzt nicht so, dass es nichts war, sondern es war schon so, ich habe auch mit den Leuten geschrieben. Ich habe mir halt schon Zeit genommen für die. Es war ganz nice, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das zumindest noch so lange mache, wie ich Lust drauf habe. Also ich hatte eine Reichweite von unter 2000 Followern auf Twitter. Habe jeden Tag auf AUF was hochgeladen. Und jetzt gehen wir auf die Statistiken und... Was? Habe gemacht. 726,50 nach sieben Tagen. Ich kann auch noch sagen, was auch interessant ist wahrscheinlich, wie viele Fans ich habe. 66 Menschen haben subscribed. Heftig, Alter. Hier oben ist, wie viel ich insgesamt verdient habe. 726,50. Ah, okay. Nur durch diese Pay-Per-View-Nachrichten, diese DMs, habe ich insgesamt 242 plus nochmal 72. Ach, du hast 72 Dollar Tipps bekommen auch. Genau, das sind quasi, ich schicke denen ein Video und das Video ist noch gelockt und die kaufen das frei. Das ist insgesamt so oft passiert für insgesamt 242 Dollar. Ja, ja. Aber mir haben Leute schon, bevor ich denen das Video geschickt habe, schon im Chat 72 Dollar gespendet. Das heißt, das ist quasi das plus das ist dann das, was im Chat passiert ist. Krass. Was hast du da gemacht, wenn ich fragen darf? Ich glaube, das war einfach so ein 6-minütiges Video. Ja. Zum Beispiel so ein Blaujob-Video. Ich habe sogar ein Piss-Video verschickt. Boah. Weil das auch jemand wollte. Hier oben sieht man, ich habe eigentlich 908 verdient. Ja. Aber auch nicht, dann steckt sich natürlich auch was ein. Stimmt, ja. Das heißt, die haben jetzt ungefähr, die haben 20 Prozent, glaube ich, stecken die sich ein. Sonst hätte ich, Digger, sonst hätte ich fast einen Kaui. Aber du hättest nicht erwartet, dass es so viel wird, ne? Auf gar keinen Fall. An Tag 1, habe ich auch im Vlog gesagt, hatte ich schon dreistellig an Tag 1. Und ich denke auch wirklich nicht, um ehrlich zu sein, dass es jetzt noch runtergehen wird. Weil wenn du jetzt noch mehr connected bist, noch mehr Content postest und generell viel mehr postest, dann kannst du eigentlich nicht mehr. Ja. Nach wie vor ein super spannendes Thema, worüber wir es safe noch oft von hören werden. Falls ihr mich supporten wollt und meine Videos feiert, abonniert gerne meinen Kanal. Ansonsten checkt dieses Video ab. Wir sehen uns dann nächste Woche.